Ich mache niemals Hitzetuch. Sie sind nicht von hier, also haben Sie vermutlich noch nie vom Eisman gehört. Der hat vor ein paar Jahren die Nachbarschaft terrorisiert und den Kerstherrmordet, die ihm die Trockenreinigung gehörte. Das heißt, er sei zurück. Hat ein paar Bullen umgelegt und sein Zeichen hinterlassen, damit es jeder erfährt. Vielleicht nur ein Zufall, dass er zur selben Zeit aufgetaucht ist wie Sie, aber wer weiß. Also, beweisen Sie, dass ich mich irre und schnappen Sie ihn. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Fallshalper! Was ist in die falsche Richtung? Na, ich will mal auf Kisten. Das tut es in die falsche Richtung. An alle Einheiten in einem Park bei der 20. werden gestohlenen Medizingüter gehandelt. No, bist du nicht durch, Garman. Jedoch nicht. Einen bist du doch. Einen bist du ja. Du bist erledigt Ok Ok, weil es der Frau aufangst und weil sie bescheidt was Entschuldigung Da oben war Arznei gekauft, das ist ganz nett Bleib da in der Dreckung Was hast du gesagt? Ich hab's mitzure Ich hab's mitzure Ich weiß es nicht, warum ich es traurig bin Ah Warte, ich bin realisiert Das gehen ist auch noch nicht richtig Ich bin realisiert Warte kurz Mach ich sicher nicht mehr Jetzt komm wieder drauf Bin bereit, ja 1, 2, 3 Wie der Arena kommt Wie der Arena kommt Wie der Arena kommt Als wenn man durch die Fensterscheibe nicht durchschießen kann Was hast du mal ein Blüm? Ich geh nicht wieder auf die Ja, sieh. Okay, dann geht's. Sie haben also den Eismand Kalt gestellt, he? War das Ihre gute Tat für heute, oder wollten Sie nur Ihre Konkurrenz ausschalten? Hintreher, was du gut weißt Konkurrenz ausschalten wollten wir, oder? Genau Boah, scheiß Wurfenglück Na, bei einem anderen schaut's cool aus Nächster neben mir ist ja Ich glaub da ist eine Antenne kaputt, oder? Irgendwann haben wir noch Verbindung zum Hauptquartier Sie lassen mich hier nicht raus, aber Sie? Und wie fehlt noch, circa? Vielleicht trauen Ihnen die Leute hier genügt, so dass Sie daran rumfassen können Okay, ich hab zwei Drittel Jetzt hätte es sogar, ich sollte sogar sagen, dass Sie dahinter durch ihn sind oder so Hmm Jetzt passiert es sicher so, oder? Was da dahinter durch ihn sind Ich bin nicht mehr Das ist auch nur auf Zeitsanahe richtig in Ordnung, finde ich, weil es ewig lange Zeit ist dafür Weil mein Welt noch umfinden dauert Ah, das ist wirklich nach unten auf jeden Fall Auf da unten geht es auch eine Reveal Ja Oh, da sind ein paar Reveals Geht jetzt rein, aber da kommen wir nirgends auf nicht Kennedy wir bauen Revo und entdeck Cauchh ne D contra D contra Uniform sind sie alle gleich. Polizei, Bewährungshelfer, Richter, Gefängniswärter, verdammte Jugendschutzbeamte. Tolle Regierungsagenten mit tollen Uhren und polierten Waffen, die herumstolzieren, als wären sie beschissene Götter oder sowas. Sie wollen uns hier verhungern und sterben lassen. Unser Leben ist ihnen kein Fuß wert. Ist es nie gewesen und wird es nie sein. Wir sind nur Müll und im Weg. Und wenn's nach denen ginge, könnten wir gleich abkratzen. Aber den Gefallen tun wir ihnen nicht. Wir werden sie in Stücke reißen. Diese Parasiten in ihren sauberen ZTF-Uniformen, ihr kennt sie. Ihr habt euer Leben lang mit ihnen zu tun gehabt. Von innen sehen sie alle gleich aus. Überzeugen wir uns davon. Ja, so sehen sie von innen aus. Hässlich. Also lasst sie leiden. Lasst sie betteln. Lasst sie tun, worauf ihr gerade Lust habt. Nur sorgt dafür, dass ihr keinen von ihnen am Leben lasst. Top-Mover. Okay, nee. Da ist ja hier oben. Ah. Und das Haus an mir. So nicht. So, ich stimmig hast. Irgendwo. Da. Da hast du da. Die Videos sind eigentlich eh offensichtlich nur, manche mich verdienen was. Ich steh direkt davor und es ist ausgegangen. Wirklich, ist es einmal ja. Stehst du wirklich direkt davor und es ist ausgegangen? Ja. Du, bist du unten? Neue Siegesmeldung, klar und deutlich. Machen Sie weiter so, dann wird noch eine Karte bedankt. Oder eine Karte. Oder eine Karte. Ja, der war bedürftig. Ist doch geschreckt. Da kam ein Anruf übers Festnetz. Übers Festnetz, ist das zu glauben? Wer hätte gedacht, dass das bei all dem Chaos noch funktioniert? Jedenfalls waren es schlechte Neuigkeiten. Da ist ein Zivilist in einem Raum eingesperrt. Er kommt nicht raus und wird verhungern, wenn sie nicht zu ihm gehen. Normalerweise würde ich das selbst machen, aber die Bastarde lassen mich hier nicht weg. Also müssen Sie es tun, wenn Sie kassen. Genau, mindestens nicht. Ja, jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt noch mal ein Virus. Nööö, Account, S4D Also, Snapper und Strungwehr Jo S4D ist, Auto, Snapper Ja, sagt mir, ich bin da falsch Ich hätte gehofft, dass es jetzt irgendwie so einen coolen Weg gibt, über Duba oder so Sniper? Nicht nur einer Sniper weg Dritte weg S2D So So Bist du so weit? Warte noch Jetzt kann ich Bist du so weit? Bastarde! Zivilisten sind sicher Oh! Was sagt man dazu? Ich weiß nicht Schöne Wenn sie hier weiter die Leute retten, geben die ihnen noch meinen Job Nicht dass ich das je zulassen würde Ah, das haben wir doch nur Hi, wie gehts Ihrem Arsch? Hab einen Tipp von einem Einheimischen, der über abgeworfene Vorräte gestolpert ist War zu viel für ihn Oder vielleicht hatte er auch nur Schiss zur Zielscheibe zu werden Jedenfalls Sie haben keinen Schiss, oder? Ja Wie geht's am Level? Hm, ein bisschen noch Ja, und jetzt hast du die drei Irgendwie schon 20 und der Drittel, so bist du sofort der Drittel Also ein Viertel eigentlich So wie du auch von Trost Ne, meinst du nur für Hacker? Ja Du siehst keinen Augen mehr Wo ist der schuld? Er ist tot Ok, gut, natürlich verprügelt Hey Ja, Ribera spiel vor Hanna Tut mir gut, wenn ich spiel zu spüren Dieser bisschen Abwässern zwischen Ego-Shootern und Ja Mittleren Fraktionskrieg Danke Uh, Kiste Ich hab da nur ein Nebenkreis, soll ich auch nehmen Was hast du denn für ein Nebenkreis, bitte? So, Typ Reden Ich muss Kann Ah, machen wir's erstmal die Das Reden ist, glaub ich, noch Oh Jetzt stirbst du schon wieder Ich freu mich drauf, dich keins zu machen Ich stirb doch nicht Ich schaue mich ein bisschen Das hat mir nur einen Trick gewesen Okto Ich finde es super, dass wir den Laufen einfach nachladen können Rechts Wo? Dann bauen Nein, es sind nur Polizei Autos Am Boden Schreiber Polizei Autos, ich weiß Nein, nicht fliegen Bei mir ist es fliegen, es sind Polizei Autos Ich muss sehen, ich spüre da ein ganzes Level-Design Es gibt ein Gebiet mit einer Armee von Schulbussen Es gibt ein Gebiet mit einer Armee von Polizeiwagen Wie da Schön Ich werde noch einmal das Hälfte vom Lime wegziehen Ist es nun wieder? Das Geräusch gefällt mir nicht Ihnen gefällt das Geräusch, wenn ich zuschlage nicht Doch, wer ist das Spielzeug? Warnung, eintreffende Gegner Ami rundherum Ami rundherum Ami rundherum Warnung, Ware wird beschossen WMD befindet sich ein abspielbares Hänger Warnung, eintreffende Gegner Warnung, eintreffende Gegner Wo ist sonst das die schönste Aktives Eko-Signal geortet Warnung, Ware wird beschossen Kaffee Jetzt sollen sie mir zu Ich habe die Leute aus der Hinterpfalte geholt Und wir werden verfolgt Wir wollten uns in einem JTF Safehaus verschanzen Aber die Rikers geben nicht auf Wenn sie uns nicht rausholen, sind diese Leute alle... Wir sind verstanden, Rengard, aber die Zone ist schief. Warnung! Eintreffen der Gegner! Warnung! Ware wird beschossen! Nee, wir beschießen nicht mehr Ware. Sie haben die Vorräte gebracht und nicht mal das Beste für sich behalten. Und das ist gut so, weil wir das Zeug wirklich dringend gebraucht haben. Auf das Spiel. Ja. Okay, warum? Keine Ahnung. Allgemein und nur jetzt gut. Ja, irgendwie jetzt gut. Gut. Du bist jetzt Stufe 20 zumindest. Ja, wo? Daumen blitzen wir jetzt noch zu safe aus. Oh, das Spiel. Ja, da unten. Das ist einiges schneller als früher. Sie werden mir wirklich fehlen. Hätte nie gedacht. Das Spiel ist schwer, in diesen Zeiten jemandem zu vertrauen. Naja, und dann warst du mein Vater. Müssen Brückenwelle machen, oder? Vielleicht irgendwann nächste Woche. Haha. Tschöö und einen schönen Abend. Gott. Ja.